Fan-Liebe kennt manchmal keine finanziellen Grenzen, in den USA hat ein Fan-Duo ganz tief in die Tasche gegriffen, um bei Spiel 4 der NBA Finals zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Toronto Raptors hautnah dabei zu sein. Bilder Gallery NBA – wichtige Fakten zu Raptors vs. Warriors 10 Bilder – das Duo zahlte insgesamt 101.015 US-Dollar, gut 90.000 Euro, für die beiden Eintrittskarten um in der Oracle Arena im kalifornischen Oakland direkt am Spielfeld ranzusitzen, ein neuer Rekord für Tickets, die über eine offizielle Team-Website verkauft wurden. Die NBA Live im TV auf Sport 1 und im Livestream-Ein-Tweet von deren Rowell, The Action Network, legt nahe, dass ein berühmtes Pärchen R. In den NBA Finals steht es nach den ersten beiden Spielen in Toronto 1 zu 1, die folgenden beiden Partien finden in Oakland statt. Jetzt aktuelle NBA Fan-Artikel kaufen, hier geht's zum Shop, Anzeige in der Best-of-Seven-Serie werden 4 Siege benötigt, um sich zum neuen Champion zu krönen. Let's block it's, why? Dramatische Musik